Lothar von Megaspray wird jetzt anschließend sprechen und dann Udo Wiegert, jetzt Lothar. Und hier oben sieht das ja wirklich geil aus. Ich finde es super, dass so viele Leute das Tacheles unterstützen und ich kann nur sagen, we support Tacheles! Ich bin aktiv. Ich bin aktiv für diese Stadt. Für das politische Engagement. Ich engagiere mich bei Feierstadt 1. Ich engagiere mich bei Megaspray. Es geht darum, dass wir konkret was machen. Was ist Megaspray? Megaspray ist ein Bündnis von 160 Organisationen, Clubs, politische Initiativen, Veranstalter. Es sind x DJs und Künstler mit dabei. Und es ist das Tacheles dabei. Deshalb, we support Tacheles! Ich möchte aber auch ganz persönlich was sagen. Denn ich bin nicht nur für verschiedene Gruppen hier oder weil ich mich in verschiedene Gruppen engagiere. Ich bin hier, weil ich seit 25 Jahren in dieser Stadt lebe. Ich bin nach Berlin gekommen. Da gab es noch ein West-Berlin. Ich bin durch die Zone gefahren, um in meine Heimat, meine neue Heimat Berlin zu kommen. Und heute, heute stehe ich hier im Osten. In der neuen Mitte Berlins. In einer Mitte, die die Kreativität, eine kreative Gesellschaft gestaltet hat. Und ich finde das gut so. Und deshalb, we support Tacheles! Ich war vorhin am frühen Mittag bei einem Kongress, der nannte sich Vorsicht Wohnungsnot. Dort waren 150 Menschen aus verschiedenen Organisationen beteiligt, die sich Gedanken darüber machen, wie wir uns als Bürger gegen diese Politik und gegen diese kapitalistische Verwertungsgesellschaft, wie wir uns dagegen wehren. Diese Leute, die sind jetzt noch am Tag. Und das ist gut so. Es geht darum, dass wir, wenn wir als Bürger in dieser Demokratie konkret gestalten wollen, dann müssen wir uns organisieren. Wir müssen ganz konkret arbeiten. Wir müssen sozial und vor allen Dingen vernünftig miteinander umgehen. Und auch das ist etwas, was ich hier im Tacheles jetzt wieder erlebe. Und das ist gut so. Und deshalb, we support Tacheles! Ich glaube, das, was ich erlebt habe, dass die Mauer gefallen ist, das werden wir auch hier erleben. Wir werden erleben, wie diese Mauer fällt. Denn diese Mauer trennt. Und wir lassen uns nicht trennen. Die Mauer muss weg! Keine Mauer ist von Mauer! Keine Mauer ist von Mauer! Keine Mauer ist von Mauer! Am Rente bei der Rede möchte ich noch hinweisen. Megaspray macht auch in diesem Jahr wieder einen großen Sternmarsch. Im letzten Jahr, am 9. Juli, waren über 9.000 Menschen auf der Straße auf insgesamt sechs Zügen. Einer davon, der kam von Tacheles. Auch dieses Jahr wird es einen Sternmarsch geben. Und auch dieses Jahr wird es einen Zug von Tacheles geben. Wir wehren uns gegen diese Verwertungspolitik. Wir verwehren uns und wir wehren uns gegen diese Politiker, die sich nicht outen und die nicht konkret sagen, dass sie dieses Haus hier kaufen. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Dankeschön!